Ich glaub, mein Mann hat in die Hose geschisse. Wie kommen sie denn da rauf? Ich guck's dir doch mal, die Unähehose, oh. Ja, da hat sich ihr Mann nicht richtig den Hintern abgeputzt. Das sind Streifschüsse. Streifschiss? Kann das am Waschmittel lichen? Wir benutzen nämlich immer das Ariel, das mit der Clementine. Nein, nein, daran liegt es bestimmt nicht. Oder an der Waschmaschine. Wir haben doch immer noch das Alting von der Oma. Nein, ganz sicher liegt es auch nicht an der Waschmaschine. Was ist es dann sonst? Ich sagte doch schon, ihr Mann muss sich richtig den Hintern abwischen. Was für ein Toilettenpapier benutzen sie denn? Ich nehme das Alteug aus der Ostzone. Das ist immer am billigsten. Ach du liebe Güte, na kein Wunder. Da können sie sich ja auch gleich mit der Bildzeit in den Hintern abwischen. Entschuldigung. Ja, das geht nicht. Haben sie denn, haben sie denn nicht den Arsch-Test gemacht? Was denn fairer Arsch-Test? Na, da finden sie heraus, welches Dolan-Papier ihrem Hintern am besten passt. Ich stecke mir das Klopapier doch nicht in die Hinnenn. Das verlangt ja auch keiner. Nur muss das Papier dem jeweiligen Hintern angepasst sein. Dann wüscht es sich besser. Also, mein Mann muss sich halt besser den Arsch abputzen. Das kommt aber nett in Frage, dass ich mir das Klopapier aus der Ostzone jetzt fortschmeiße. Wann es alles, dann meinst Wege. Mache mir den Arsch-Test. Na dann viel Erfolg. Das wird jetzt aus. Endlich. Gar nicht mehr.